In meiner Profimesser-Serie von Simpex darf natürlich nicht fehlen ein Wettstahl. Da ist ganz wichtig bitte, wenn die Messer mal näher so gut schneiden, dass hergeht, den Wettstahl schräg leicht halten. Das Messer nimmt relativ flach mit einer leichten Neigung und dann schön flüssig nach unten. Und ob ich das jetzt wirklich gut kann, schauen wir uns an, wo ich Paprika schneide. Bis jetzt schaut es einmal gut aus. Ja, ein Traum!